Und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollte ich euch nur sagen, dass ich halt die, das Geisterpferd-Serie nicht, wahrscheinlich nicht mehr weiterdrehen werde, denn ich habe halt schon ein paar Sellen dafür gedreht, aber komischerweise sind sie von meinem Tablet verschwunden, indem ich es einfach kurz ausgeschaltet habe und dann wieder angeschaltet, dann waren irgendwie nur noch ein paar kleine Teile. Und dafür habe ich mir so viel Mühe gegeben, dass ich es einfach nicht nochmal machen kann. Das würde dann einfach nicht mehr so sein, wie es war. Und außerdem muss ich eh wieder aufpassen. Ich muss nämlich zuschauen, dass meine Augen nicht so schnell, dass sie nicht immer schwächer werden. Ich muss eh eigentlich eine Brille tragen, aber halt nur im Unterricht. Und ich will halt nicht, dass es zur Gewohnheit wird. Und deshalb muss ich auch immer darauf achten, dass ich nicht so oft in den iPad rein starte, weil Videos machen. Und deshalb kann es auch manchmal sein, dass es nicht wirklich dahin zeigt, wo ich hin möchte. Die Kameras macht mir so. Oder so. Oder so. Oder so. Deshalb, es tut mir ultra leid, aber es muss halt so sein. Deshalb, weil ich möchte wirklich keine Brille tragen, auch ohne so. Ja, und das war es mit der Info. Gleich kommt noch eine Info. Die drehe ich auch gleich. Aber was soll's.